So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich wollte ich heute Level 47 Aufstieg hochladen, damit da immer ein bisschen Abwechslung auch dazwischen ist, aber das nächste Event ist schon wieder angekündigt worden, der Schlüpftag mit Pi. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich trotzdem nochmal was zum nächsten Event sagen. Hä, was? Der Schlüpftag mit Pi ist nicht das nächste Event, aber das nächste Event, was angekündigt wurde, aber es wurde ein Event angekündigt, was das nächste ist, wozu ich aber noch kein Video gemacht habe, weil ich erst noch warten wollte, auf den Kando-Bonus, der da mit reinspielt, wegen den Wildspawns. Wenn wir aber einmal dabei sind, gehen wir ganz kurz nochmal hier auf die Umweltwoche ein, denn die Umweltwoche, die wurde jetzt schon angekündigt, weil da aber nichts zu wilden Spawns steht. Da habe ich das erstmal weggelassen, weil der Artikel, ja das ist halt hier, das ist der Artikel, das ist alles. Was willst du da groß sagen? Du siehst auf jeden Fall hier eine Mülltüte, du siehst Maulwurf, du siehst Bienen, Vadribie, rumfliegen, du siehst Pitora, du siehst hier den Tarnpignon. Geht während der Umweltwoche mit eurem Kumpel spazieren. Das Ding war angekündigt, findet auch schon am Montag statt, am 22. April, heute ist der 19.04., das ist der 22. Viertel, also direkt am Montag, 10 Uhr geht's los, bis Freitag, 26. April. Was bekannt ist, sind die Eventboni. Der Kumpel bringt häufiger Souvenirs und Geschenke, der Kumpel erscheint länger auf der Karte und ihr müsst mit dem Kumpel nur halb so viel gehen, wie sonst, um Herzen zu verdienen. Dann, was gibt's aus Eiern? Denn während der Umweltwoche gibt es besondere 2km-Eier mit Vadribie, Rotomurf, Unratytox, Tarnpignon und Pitora. Also genau die, die oben auf dem Bild drauf waren. Vadribie, wisst ihr, könnt ihr nur das Weibliche entwickeln. Rotomurf ist an sich eigentlich ein guter Bodenangreifer. GBL macht man da auch einiges mit. Unratytox, weiß ich jetzt nicht. Tarnpignon, ja, der ist immer gut wegen Staub, wenn man den Wild fängt, aber der ist ja hier nur in den Eiern drin. Bitora, das ist, glaube ich, hauptsächlich alles irgendwie ein bisschen GBL-relevant. Die Schaufel ist runtergefallen, die Schaufel. Wenn die jetzt alle auch wild wären, da hätte man Rotomurfbonbon sammeln sollen und durch Tarnpignon natürlich ein bisschen Staub machen. Unratytox gibt, glaube ich, auch mehr Staub. Pokémon bei Feldforschungen sieht es genauso aus. Pokémon in Feldforschungen, Vadribie, Rotomurf, Unratytox, Pitora, mit etwas Glück, Tarnpignon. Meint ihr, die erscheinen dann auch wild? Nee, weil da muss ja in der Zeit irgendwas mit Alola sein. Deswegen, ich hatte mich bisher geweigert, da ein Video drüber zu machen. Ich wollte erst noch auf mehr Infos warten. Es wird Sammelherausforderungen geben, wo ihr wieder ein paar fangen müsst. Am Ende gibt es wieder Staub, EP und es gibt Showcases mit den Event-Pokémon. Das heißt, ihr müsst also aus den Feldforschungen welche ziehen oder aus den Eiern brüten, dass ihr diese dann in die Pokéstopp-Showcases setzen könnt. Zu den wilden Spawns, wie gesagt, gibt es keine Infos, weil da gleichzeitig ab 22. Genau, also am Montag ja auch dieses Kanto-Neuerleben startet mit eben dann wilden Kandos bei uns wahrscheinlich. Was jetzt aber neu war und angekündigt wurde gestern Abend, der Schlüpftag mit Pi. Das ist auch nicht sowas Großes. Man weiß ja, okay, da erscheint also Pi in den Eiern häufiger, halbierte Brutestanz oder so. Habt ihr Zeit, ganz viele Pi zu brüten auf der Suche nach einem Shiny? Wer doch keins hat. Ist auf jeden Fall ein wunderschönes Bild, muss ich dazu sagen. Das Bild sieht wirklich richtig herrlich aus. Habt ihr gleich als Hintergrundbild hier erstmal rein. Schlüpftag mit Pi am 28. April. Das ist auch nicht so ein großer Artikel. 28. April, 14 bis 17 Uhr. Also wie ein Raid-Day, wie ein Sea-Day ist das hier am Sonntag, dem 28. April. Pokémon des Tages. Pi schlüpft häufiger aus 2 Kilometer-Eiern. Außerdem ist die Chance erhöht, ein schillerndes Pi auszubrüten. Wäre für mich jetzt nicht so interessant. Ich habe ja eh nicht so viele Brutmaschinen. Meine Brutmaschinen, die würde ich mir dann aufsparen, wirklich wieder zum Go-Fest oder irgendwas. Das globale in Gera. Das wäre so ein Event, wo man mit dem unendlichen Brüter halt mal 2-3 Eierchen vielleicht irgendwie wegkriegt, wegmacht. Und dann ein paar Po. Also finde ich Sea-Day auf jeden Fall interessanter. Finde ich Raid-Days auf jeden Fall interessanter. Also Schlüpftage sind nicht ganz so meins, sagen wir mal dazu. Der mit Riolu, der war interessant, weil es ein richtig cooles Pokémon ist. Pi finde ich jetzt nicht so berauschend. Event-Boni. Doppelte Schlüpfbonbons, erhöhte Chance auf schillernde Pi. Mehr 2 Kilometer-Eier von Pokestops. Heißt weniger Fünfer und weniger Zehner. Es wird eine befristete Forschung geben. Da gibt es am Abschluss eine Super-Brutmaschine und ein bisschen EP. Die endet aber mit dem Event. Das heißt, ihr müsst in dem Event bis 17 Uhr diese Forschung fertig haben und abgeholt haben. Sonst ist das weg. Kann ja sein, ihr habt was erfüllt. Ihr holt die Brutmaschine nicht ab und ab 17 Uhr ist das Feld weg und dann könnt ihr die gar nicht mehr kriegen. Und es wird eine kostenpflichtige, befristete Forschung geben. Das heißt, da ist wieder ein Ticket drin. Ich freue mich immer über Tickets. Hier muss ich wieder sagen, ist ein Ticket, finde ich jetzt wieder absolut unnötig. Was gibt es da drin? Doppelter Schlüpfstaub. Wir haben ja normalerweise doppelte Schlüpfbonbons, aber durch das Ticket gibt es mehr Staub beim Schlüpfen. Ein Sternenstück, mehr EP und eine Super-Brutmaschine. Ist jetzt nicht viel, dafür ist es halt günstig für einen US-Dollar. Aber, naja, wer unbedingt ein Ticket giften will, kann es ja mal machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich doch vielleicht ein, zwei Eier brüte, um diese zwei Forschungen zu machen. Das vor 17 Uhr irgendwie abholt, dann wenigstens in einem Ausbeute-Video zeigt. Obwohl die Ausbeute da wahrscheinlich halt kaum vorhanden ist. Was ist das? Erweiderte Boni zum Pi-Schlüpftag. Freitag, der 26. April, 10 Uhr. Bis Sonntag, den 28. April, 17 Uhr. Also am Freitag, dem 26. fängt 10 Uhr schon was an. Und geht bis zum Ende des Schlüpftages, 17 Uhr am Sonntag. Halbiere Schlüpfdistanz, wenn Eier während des Zeitraums in Ei-Brutmaschinen gelegt werden. Okay, das gibt es also dann die ganze Zeit. Belohnungen für Feldforschungen. Wenn ihr die Fotoscheiben von Stops dreht, könnt ihr Feldforschungsaufgaben erhalten. Schließt diese ab, um Sternenstaub und EP zu erhalten. Hm, ist ja sonst auch so. Aber das ist jetzt eventspezifisch zu diesem Brüttag. Dann gibt es ein Bundle im Webstore. Das interessiert mich wieder gar nicht. Ich habe noch nie im Webstore was gekauft. Und eine Eventbox, die seht ihr ja im Ingame-Shop. Oder besucht dann mal den Webstore. Guckt, ob es da günstige Sachen gibt. So, wie sieht es aus? Habt ihr schon ein Shiny Pi? Habt ihr Bock zu brüten? Werdet ihr da unterwegs sein? Werdet ihr da spielen? Ich muss sagen, Umweltwoche. Eher unspektakulär. Schlüpftag mit Pi. Lass mal ruhig angehen. Muss jetzt nicht sein. Letzte Zeit ist recht wenig los. Der Rayday war das letzte, wo richtig Action angesagt war. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Aber okay, da kann ich wenigstens meine Level-Up-Videos dann noch hochladen. Alle und dann vielleicht in den Sonnenuntergang reiten. Wie sieht es aus? Was sind eure Ziele? Habt ihr Bock? Schreibt es rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.